ich habe nacht 4 übersprungen ich habe beim letzten mal nacht 4 ausprobiert ein oder zweimal glaube ich nur aber ich kenne nacht 4 und wird nix die vierte nacht war richtig kacke und fast unmöglich zu schaffen und das spiel kommt mir so laut vor so jedenfalls habe ich nacht 4 übersprungen und wir gehen direkt zum finale zur nacht 5 schön dass du da wirst ich hoffe das mit der lautstärke funktioniert so ich hoffe das geht so in ordnung das spiel kommt mir echt ganz schön laut vor und ich würde mal sagen dann starte ich mal nacht 5 willkommen zurück zu deinem letzten Tag auf dem Job, das ist der letzte Tag deiner ersten Woche einige der größten Qualitäten, die wir in neuen Arbeitern sehen möchten, sind Determination, Fearlessness and a genuine disregard for instinctive self preservation you've earned your one week bonus which will be given to you in the form of a delightful gift basket the cost of which will be taken out of your next paycheck we have gift baskets containing fruit nuts flowers and of course the ever popular cash basket using the keypad below please enter the first few letters of the gift basket you would like to receive okay was will ich denn für ein geschenkkorb haben für meine erste Woche hier früchte mag ich früchte werden schon ganz gut okay fruits basket wo ist f wo ist das f da ist das f okay it seems you had some trouble with the keypad i see what you were trying to type and i will auto correct it for you natürlich thank you for selecting exotic butters geil exotische butter butter aus allen ländern okay es sind also noch zwei ihr warum sind die noch hier was moment wenn die noch hier sind aber nicht mehr hier sein sollen die letzte nacht auf geht's gehen wir schnell hier durch den gab es vorher war noch nicht den motion trigger oder sicher wurde die nicht letztens gescoopt oh great now let's check on fun time foxy was nein 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 das war das war einer dieser arbeiter oh gott ja und da ist der zweite great it looks like everything is as it should be in fun time auditorium natürlich your task today will involve more maintenance work circus baby had a rough day and is in need of repair you will be required to reach the parts and service room by once again sneaking through fun time auditorium as always please proceed with caution cool cool das kann ich aber nirgendswo lang ähm okay ich muss schon wieder hier durch ist von time foxy darf ich höre nichts ich höre niemanden dieses fun time foxy nicht da das gefällt mir nicht und ballora ist auch nicht da ich sehe great job reaching parts and service circus baby has been deactivated for an unknown reason it's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor our technicians will take it from there hi Da bewegt sich was. Was ist schlecht? In mir. Ich bin broken. Ich kann nicht sein. Ich werde bald zu der Schrauben werden. Aber es wird nicht zu schützen, was mir ist. Was ist schlecht ist immer hinterlassen. Du kannst mich helfen? Ich möchte, was ist gut, damit die anderen nicht zu verabschieden werden können. Ich habe mich nicht zu verabschieden. Aber du musst dich vorsichtig sein. Ballora ist hier. In der Raum mit uns. Ballora wird nicht zurückkommen. Ballora wird nicht zurückkommen. Ballora wird nicht zurückkommen zu ihrem Körper. Du musst dich vorsichtig sein. Du musst dich vorsichtig sein. Klamm. Und hör auf meine Sprache. Es ist ein Knopf auf meiner Schraube. Du musst ihn finden und es pressen. Knopf? Da! Oh je. Ich ahne Böses. Es ist ein passcode. Du musst entfierst, bevor du mir abgerest. Du musst mich entfernen. Benfassieren. Benfassieren. Neue. 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 Oh Gott! Geht's jetzt schon wieder gut los. Okay, Phantom Foxy scheint nicht dazuzahlen. Ich renne einfach durch den Raum. Scheiße, war ich zu langsam mit der Zahl oder habe ich mich irgendwie verklickt? Oh, das ist so fies, wenn da keine Zahlen draufstehen auch noch. Oh, jetzt müssen wir das nochmal anwählen. Oh je. Ist das kacke. Ja, ich kann mich hören. Ist das wirklich Ballora dort, hier im Raum, oder ist das Baby selbst, weil die sieht aus, als ob die schon gescoopt ist. Hier ist nämlich der Kopf schon offen und so. Ich glaube nämlich, da ist niemand mehr drin. Oder? Wobei, vielleicht doch... oder doch nicht. I don't want it to happen again. There is something bad inside of me. Ich bin verletzt. Ich kann nicht verletzt werden. Ich werde bald zur Schöpfung kommen werden. Aber es wird nicht verletzt, was mit mir ist. Was ist schlecht ist immer hinterlassen. Willst du mir helfen? Ich möchte, was gut ist, damit die resten nicht verletzt werden, und nicht zurückkehren. Aber du musst dich vorsichtig sein. Ballora ist hier, in der Raum mit uns. Ballora wird nicht zurückkehren. Ballora wird nicht zurückkehren. Ballora wird nicht zurückkehren zu ihrem Körper. Du musst dich vorsichtig sein. Du musst dich vorsichtig sein. Und hörst du meine Sprache. Okay, probieren wir es nochmal. Es gibt ein Passcode, das du musst, bevor du mich zurückkehren kannst. Entschuldige den Code. 2 4 4 5 1 1 7 Ah Gott! Ich wusste es. Aber ich habe die 7 nicht so schnell gefunden. Ach man ey. Warum? Das ist so gemein. Und jedes Mal dasselbe machen. Das wird langsam ganz schön frustrierend. 3 2 1 1 2 5 2 5 3 4 6 Die Kameraden sind gestorben. Ich muss vorsichtig sein, nicht zu移ern. Einiges Schlimmes hat gestorben. Einiges Schlimmes immer passiert. Ich will nicht, dass es wieder passieren wird. Das ist etwas Schlimmes in mir. Ich bin okay. Ich kann nicht verpasst werden. Ich werde in die Schlimmes in die Schlimmes kommen, aber es wird nicht verpasst, was mit mir ist. Was ist schlecht ist immer hinterlassen. Willst du mir helfen? Ich möchte, dass du was gut ist, damit die resten werden können, und nicht zurückkehren. Aber du musst dich beachten. Elora ist hier, in die Schlimmes mit uns. Elora wird nicht zurückkehren. Elora wird nicht zurückkehren zu ihrem Körper. Du musst beachten. Du musst calm sein und hörst mich an meine Sprache. Es ist ein Button auf meiner Schicht. Du musst es finden und es pressen. Es ist ein Passcode, das du musst, bevor du mich zurückkehren kannst. Du musst auf der Schlimmes in die Schlimmes zurückkehren. Du musst auf der Schlimmes in die Schlimmes zurückkehren. Du musst auf der Schlimmes zurückkehren. Du musst auf der Schlimmes zurückkehren. Ich will dich durch die Schlimmes in die Schlimmes in die Schlimmes zurückkehren, damit du in die Schlimmes zurückkehren kannst. Wenn du da bist, möchte ich dich, dass du dieses Körper zuerstörst. Lass die Karte in dein Handheld-Device in dein Handheld-Device, und ich kann weitergehen, dass du mit dir zu sprechen sprechen kannst. Jetzt, press den grünen Button auf deiner Seite. Das wird mich in die Schlimmes zurückkehren. Was zur Hölle, da steht doch ordentlich was. Du musst meine Instruktionen in Funtime Auditorium folgen. Valora wird dich folgen. Sie wird versuchen, dich zu holen. Ich werde dir helfen, sie zu vermeiden. Sie wird dich nicht in der Schlimmes zurückkehren. Sie ist Angst. Geh zurück, jetzt. Okay. Oh je. Geh zurück. Stopp. Warum ist es hier so feucht? Geh zurück und zurück. Stopp. Keep going. Stopp. Be silent. Wir sind nicht in der Schlimmen. Wir sind in der Schlimmen. Wir sind in der Schlimmen. Stop. She is right in front of you. Don't move. He is here to help, Ballora. He is not here to hurt us. Ballora, he is here to help us. Go forward again. Ballora is behind you. She is afraid of the scooping room. She will not follow you. Okay. Warning. You've entered a highly dangerous area. You have entered from Maintenance Hatch 1B, reserved for cleaning and repair of the scooper. Entering this side of the room is strictly prohibited by unauthorized personnel. Wait, what? Moment. You are in the scooping room now. Funtime Foxy has already been here today. That sehe ich. Und Ballora auch. Funtime Freddy has already been here today. Ballora has already been here today. Da steht etwas. Circus Baby has already been here today. Es war mir so klar. Ich war vorher. Aber sie haben mich immer wieder zurück. Sie haben immer wieder zurück. Sie haben immer wieder zurück. Oh, ich weiß, wer das ist. Es ist nahe, um uns hier zu schmieren. Enna, ist das. Es ist nahe, um zu gehen, wenn wir so wie das sehen. Aber wenn wir so wie du so sahen, dann könnten wir so schmieren. Wenn wir so wie du so sahen, dann könnten wir so etwas zu gehen. Bitte nicht. Der Scooper tut nur für einen Moment. Oh nein. What the fuck? Geil. Die haben mich ausgehüllt. Und tragen mich jetzt als Kostüm, oder wie? Und Spiegel. Und das sind wir. Naja, besser gesagt, das waren wir. Oh Gott. Ja. Geil. Äh, Real Ending ist das. Das ist das echte Ende. Es gibt also auch ein alternatives Ende. Ja gut, bei 500 Z-Fradys gab es öfters alternative Enden. Äh. Okay. Mal sehen, ob ich das noch im Kopf habe. N-Art besteht aus Teilen aus den anderen Animatronics. Also er besteht aus Baby, Ballora, Funtime Foxy und Funtime Freddy. Baby hat mich jetzt dort in den Raum geführt. In den Scooping Room. Damit das Gerät mich aushüllt. Und die mich tragen können. Damit sie unter den Menschen rumlaufen können. Damit sie frei sind. Geil. Great by Scott Corfin. Oh je. The End. Ich glaube, ich weiß sogar, wie das alternative Ende aussieht. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Da habe ich viel zu wenig Geduld. Ich habe ja nicht mal Nacht 4 richtig geschafft. Ich habe die einfach übersprungen. Aber auf jeden Fall geil. Ja, 500 Z-Fradys 4 und Pizzeria Simulator werde ich hier noch nachholen. 500 Z-Fradys 4 werde ich dann in Videoform machen. Zusammen mit dem... Mit dem Eric dann. Und dann werde ich mir das Virtual Reality Game davon vornehmen. Auf jeden Fall. Oh je. Auf jeden Fall. Geile Spielereihe. Auf jeden Fall. Schauen wir in die Extras rein. Ja, hier haben wir... Baby. Ballora. Funtime Freddy. Funtime Foxy. Ja genau. Den bekommen wir erst, wenn wir das alternative Ende schaffen. Oh gut. Making Baby. Creepy. Ich fand es creepy. Blueprint. Blueprint. Ah. Hier haben wir nochmal eine Übersicht. Hier in dem Raum sind wir die ganze Zeit gewesen. Ballora Gallery. Und dort war dann Funtime Freddy gewesen. Dort haben wir den ja... Den Strom ja wieder eingeschaltet. Hier oben sind wir gewesen. Da wäre eigentlich... Circus Gallery. Aber da haben wir nie jemanden gesehen. Funtime Foxy. Hier haben wir die beiden repariert. Hier war der Scooping Room. Und ich glaube hier oben... Am Ende, wo ich in den Scooping Room... Geleitet werde... Komme ich irgendwie in diesen Raum auch rein. Ich weiß aber nicht genau, wie das geht. Und ich glaube dazu muss ich irgendwie dieses Minigame vorher triggern und das schaffen. Und dann... Gibt es dort irgendwie eine alternative fünfte Nacht. Für das... Alternative Ende. Und hier der Fahrstuhl. Control Room. Circus Control. Breaker Room. Parts & Services. Gut, das war es auf jeden Fall. Na, wobei... Äh... Custom Night gibt es noch, aber die habe ich nicht freigeschaltet, weil ich das alternative Ende noch nicht habe. Deswegen... Ich glaube ich muss... Drei Sterne gibt es hier glaube ich auch wieder, wie bei den anderen. Egal, das reicht für mich auf jeden Fall, was Sister Location angeht. 24, 25 Minuten geht jetzt der Stream. War nur ein kurzes Stream, aber... War auf jeden Fall geil. Ich bin mal gespannt, wie es mit den nächsten Teilen weiterlaufen wird. Ich bin mal gespannt, wie es mit den nächsten Teilen weiterlaufen wird. Ich bin mal gespannt, wie es mit den nächsten Teilen weiterlaufen wird.